Wir lernen entweder durch Erkenntnis oder durch Leid. Wenn das Gehirn zu wenig Nährstoffe bekommt, dann haben wir eine Riesenproblemsituation. Unsere Leistung geht zurück und unsere Lebensfreude geht zurück. Wenn die Lebensfreude nachlässt, dann laufen alle weiteren Handlungen auf einem niedrigen Niveau. Also keine Chance zum Glücklichsein. Wenn alle Mineralien und Spurenelemente vorhanden sind, dann ist der Großteil der Krankheiten nicht mehr möglich. Es existiert sehr viel Mangel. Die Qualität der Nahrungsmittel nimmt rapide ab und die Ärzte haben Hochkonjunktur, weil die Menschen Mangel haben. Wir sättigen uns mit Füllmaterial, aber haben keine Nährstoffe. Es ist kein Zeichen von Gesundheit, an eine von Grund auf kranke Gesellschaft gut angepasst zu sein. Früchte und Nüsse sind Nahrung fürs Hürden. Hochwertige Nahrungsergänzung erhöht die Lebensfreude und automatisch die Lebensqualität. Liegt endlich euren Körper, wie Männer ihre Autos oder Frauen ihre Schuhe. Einfach im Geiste jung bleiben. Wissen kann nur, wer Wissen hat. Egal für welches Produkt sie sich entscheiden, wichtig ist, dass die Qualität immer höher als der Preis ist. Mit Herz und Liebe zur vollkommenen Gesundheit zu stehen, das strahlt automatisch ab. Nutzen Sie die vorhandenen geistigen Ressourcen und steigern Sie bitte Ihre Lebensqualität. Meine Zielgruppe ist der Mensch und die Gesundheitserhaltung. Also, bleiben Sie informiert, was passiert.